Hallo zusammen, hier ist Emily von meinem dritten Account. Wir versuchen uns heute ab Level 311 im Traumlandturm. Sehr schön. Sehr schön. Ja, das sieht auch nach einer schnellen Geschichte aus. Ja, weg ist er. Schönen Schnell. Ja, kaputt. Auch der ist gefallen. Thick. Im Moment bin ich noch ganz guter Dinge. Das sieht nicht so verkehrt aus. Jo, auch kaputt. Das sollte auch einfach gehen. Ja, auch kaputt. So, 320. Schauen wir mal. Ach ja, ich würde sagen, auch das geht schnell. Ja, kaputt. Aha. Sehr schön. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.